hallo und herzlich willkommen einer neuen folge let's play gta 5 für den pc wir spielen mal wo es fängt an zu regnen wir spielen mal wieder mit trevor philips eigentlich wollte ich mal lieber jemand anders nehmen aber scheiß egal wir wollen jetzt im wohnwagenpark und dann mal gucken was uns da erwartet steig ein du penner und du kriegst kein eis oh es gewittert sogar richtiges dreckswetter geil sieht das geil aus ich möchte mich jetzt am liebsten auf die veranda setzen ein bierchen trinken und das wetter genießen geil ich bin voll geil ja der himmel die fährten das ding so langsam ist mein licht kaputt vielleicht fernlicht anmachen all das das ein dreckswetter hier ich finde es voll geil ja aqua planning hier ich platziere die hastbomben an den wohnwagen äh bleibst du sitzen was soll ich hier aussteigen wie ducke ich mich denn so schleiche ich scheiße 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 kann ich den von hinten irgendwie messern also werde ich doch hier schön schleichen lb gedrückt und wähle mit r haben kommt aus ja also eine hier ran ist ja auch das richtige wetter für sowas der lärm der lässt mich weniger ähm hören eine für dich so ist hier jemand ist hier jemand ja da ist jemand dann gehen wir mal hier hinten rum geh ich mal einen kleinen umweg boah ich finde das wetter so geil wie soll ich nicht über die straße kommen da sind auch welche wo ist han solo also auch nicht bloß nicht ins licht gehen okay hier ist alles dunkel die sind weggefahren ausgezeichnet so das machen wir mal so ha oh da stehen sie die ratten hey oh die mögen die schlagen sich oder was das ding hier das falsche so ein muss ich noch schön im dunkeln bleiben heilige scheiße heiliger bim bam bring ehe ehe du den wohnwagenpark verlässt ja wo ist mein auto jetzt kann ich auf die karte gucken hier ist mein auto irgendwo dann gehe ich jetzt weiter hier lang da sollte ich von den explosionen verschont bleiben oder verschont werden kacke kacke wo soll ich wissen dass da welche hinter sind wo soll ich wissen dass da welche hinter sind dreckscheiß dreck scheiß mist kram Und das! Oh, nicht getroffen. Na, so weit komme ich nicht. Ja, los, fahrt weg! Ihr Ratten! So. So. Welcher jetzt? Hör doch mal hier rüber. Da ist ein Licht. Äh, hier Stacheldraht, oder wat? Dann machen wir das mal so. Jo. Jetzt muss noch mal einen dahinter. Okay, noch mal hier lang. So ist noch einer, oder? Weiter links halten. Der guckt gerade nach rechts. So. So. Ups. Bleib mal hier unten. Voll Mission Impossible. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder wat? Scheiße. Scheiße. Na, irgendwo würde ich hier schon wieder hoch gehen. Schreiber, du bist schon wieder vom Weg abgekommen. Oh, nicht, dass es ein bisschen gleich fehlschlägt, weil ich zu weit weg bin. Ich muss doch hier irgendwie wieder hochkommen, verdammt ich! Da Diamonds drauf und raus mache ich das mal weg. Da ist ein. Ah. Nicht, dass ich hier wieder entdeckt werde. So, ist das der letzte hier? Scheint so. Okay, noch nicht. Ich will erstmal in der Nähe des Autos sein. Ähm, wo ist mein Auto? Okay, wir lösen aus. Bin ich zu weit weg, oder was? Hat nicht ausgelöst. Wenn ich jetzt drücke. Hm. Ich werfe nochmal eine hin. Wieso geht die nicht hoch? Ja, ich kann Feuerratisch schaden. Ah, Leute, 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 Leute. Ich renne mal zum Auto. Oh, Ausdauer. So. So. So, dann steig ich einfach mal ein. Das ist noch nicht vorbei. Jetzt? Oh, scheiße. Licht angemacht. Kontakte? 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 Nee. Ja, aber, 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 aber. Ich soll das doch hochjagen, bevor wir hier weg sind. Moment. Oh, kotzt mich das an. Ich bin so schlecht schon wieder. Ich fahr einfach mal. Ja, kehr zurück zum Wohnwagen Park. Oh. Ich fahr da ein Stein. Ja. Dann steigen wir nochmal aus. Dann steigen wir nochmal aus. Das hier ist doch der erste gewesen. Da ist aber keine mehr dran. Hier ist aber keine mehr dran. Hier ist aber keine mehr dran. Hier geht aber nichts hoch. Hier geht aber nichts hoch. Oh. Ich hab die rechte Taste gedrückt. Ich musste nach links drücken. Schnell zurück. Was ist das, du nutzloser Bruder? Die Verlust sind hier nicht willkommen willkommen. Ich hab die rechte Taste gedrückt. Ja. Ich hab die rechte Taste gedrückt. 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 Oh, es wird hell. Oh, es wird hell. Oh, es wird hell. Oh, Aquaplaning immer noch da. Sieht man, ne? Alter, Frauen am Steuer. Komm mal hier lang. Hey, hey, hey. Wie wenn das? Ich erzähle dir eine Story. Das ist immer so lustig bei GTA Online, wenn man denn die Raubüberfälle spielt. Wenn die Leute Abkürzungen fahren. Und das geht meistens immer in die Hose. Los, fahr, 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 fahr! Geht doch. Und wieder auf der Straße. So was, jetzt kriegt der Eis oder was? Das muss man jetzt hin, ja? So, Michael, this is where dead men come back to life, huh? So, das ist schon mal 10 Jahre alt. Aber du hast noch einen Tag oder so, oder? Oh, mein Freund? Motherfuckin' Fuck! Ich grieft für dich! Du! Du! Du war nicht fucking dead. Du war mein Best Friend. Du! 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 Manöver gemacht, die kann man ja auf.